Jetzt kommen dann die britischen BBs bei mir Die mach ich nebenbei Und dann kommt die französischen Kreuzer Scheiße Mh, hab ich auch vor, ich mach die britischen BBs, ne? Also wenn ich die Queen Elisabeth studieren, ich die geschenkt bekomme jetzt nächste Woche Dann fang ich ja gleich bei nem Sechser an, da kann ich diesen ganzen Scheiß vorher umgehen Obwohl die einen Typ war geil Ich freu mich für die französischen BBs, kommen die Aufgaben, ne? Wo du die Pauplausen wieder sammelst Wenn es wieder so wird, muss doch nicht so sagen So, ja, Lutscher Nur nach A Ich würd sagen C, hm? B, C Der neue Leopard sieht so kacke aus Der 2A7 Also ich find'n 2A5 schöner Oh, da ist so ein bisschen... Oh, da ist so ein bisschen... Ein D-D-D-Weeport, wenn er stirbt Ich kann ja abklauen, wenn du wollen, holt Eigentlich ist es nah, ne? Ich kann aber ein bisschen lange 1er Kanonen, ne? Bist im 5 Uhr Ich hab mit der Scharnhorst ein Zerstörungsverhältnis von 4,0 Ich hab mit der Scharnhorst ein Zerstörungsverhältnis von 0,2 2 war ich hab schon fünf gefächte damit gespielt ich mach nie durchschnittserfahrung 2115 e p wo schon ich will jetzt nicht aufgehen ich war ja direkt ins Cap also das wäre es dumm wenn wir jetzt schießen aber ich weiß es ging auch schon was wir vorhaben das ist so oder so was hast du eigentlich dabei Radar? nein nicht Radar Sonar und Smoke ne? wer ich? und Heilung warum hab ich nix? ich hab nur neben uns besonderer ich kann mich auch noch heilen ich hab über den Bergen geschießt was kommt das hin? was kommt das hin? oh nö nö Kiro können wir gleich übernehmen Uschko was ich bin da auch nicht ruhig bin weil niemand A will weil niemand A will so jetzt treff ich dich oh ich hab sie doch ich hab mich mit ich hab mich dann nur wie die das hin das ist wie ich hab richtig es auch die Kugelserfahrt mehr ein bisschen nichts zu tun da alles klar alles klar nach russischer Kanon auf 1 beste Kombi da alles klar von russischen Kanonen erweilig worden russische Kanonen hat bei der Freude von der Schichter gemacht mit einer Hand zu wollen er ist aber nicht ähnlich und der Flieger ist weg mein Ruh unterklamm macht nichts liefst komm dann pushen wir mal in B rein ich schalte wieder auf HE wir geht hin ich schalte auch mal auf HE ich bin schon auf HE die Leander Leander die Ego-Nebel siehst du das? hinter mir die 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 3.000 zu tun beim letzten Sekunden vom Nebel setzt auch noch meine Wand egal wie lang die Zeit ist wir sind alle drei Sekunden ein Nebel bei der Perf nicht bei Irony schon ja es ging grad einfach um die Perf als ich das gesagt hab und nicht das ist genau wie der Perf das ist der selbe Dune Nice Irony ist nicht genau der gleiche oh ne ne dünnschiss was hat nie Irony schon gemacht? ja DD geteilt wieso ne dünnschiss? wenn ich brauch noch n DD das ist ja schon irgendwie immer das falsche das ist nur nicht Bayern oh nö boah ich bin runtergetroffen natürlich schießt die scheiß Bayern auf mich wichskache also hier liegen ja schon wieder Welten zwischen den beiden Schiffen die ich jetzt gerade hatte zwischen der Dani und der ORLD Machen wir die Tiefen kaputt? ich hab noch 6 Tiefen ich sie's ja noch nicht jaa fick dich leer an da ich hab noch nicht mehr Pech kann man nicht haben 6 Schilfe schießen nach wo macht das Team kämpft rum bei 10 hey ich bin bei weh ja sie schießt auf mich sie schießt auf mich die Fahrzeuge nein kannst du die die Hand da holen? perfekt jo gut gut also es macht Spaß die Briten also bis jetzt bin ich sehr überzeugt schon 21.000 das kann sich doch sehen lassen guck wir gehen auf Bayernjagd ich mag die nicht die Bayern Bayern sind scheiße haben wir einen Schwaben dabei? ne ne alles gut die Schwaben mag ich auch nicht wieso? was habt ihr alle gegen die? du kommst doch von unten von der Schweiz du müsst doch wissen was wir dagegen sind ja doch ich kann dir was über die Schwaben alle Mann und Schwaben sind die wirst du hören was ich über die Schwaben denke? hä? wirst du wissen was ich über die Schwaben denke? ja sag mal das ist so ein verwichste Arschlöcher die uns die Turps klappen geil geil 3er Türpitz alter das ist recht das ist die Schwaben echt unser Team kann mal wie er nix oder Shader? unser Team kann mal wie er nix ne? warum muss ich eigentlich mal pushen? die New Mexico kommt Achtung ja ich war schon wie er pushen Team sagt BC ok wo fahren 3 Türpitz in der Division hin kommen direkt an der Nachsagen Ansage wir fahren nach A schau mal was ich geschrieben hab es fahren 4 Gb's alleine nach A mit einem Zerstörer Fenden schau mal was ich geschrieben hab ja Schader bei uns wenn wir schon wieder an der Band kommen demnächst ne? kannst du überhaupt schreiben finden? ja ich hatte irgendwie nur einen Tag Band wieso kriege ich 13 Tage Band weil ich mich gestern nicht in der Belfast angelegt hab wer die Geschichte kennt ne? weiß was da passiert ist in dem Gefecht erzähl ähm ich hab mit mal die Idee zum feindlichen Cap direkt gefahren ne? die Belfast verscheißt verscheißt bei uns da oben komplett beim Cap diese weiß ne? hier oben ist schon eine ganze Zeit das Gegner schon cappt der meckert mich an dass ich useless bin ja ich weiß weiter in der Runde danach nur wenn sie zu doof ist und nicht mit dem Team fährt ne? oder dass einige bei ihr oben helfen kann sie mir nur nicht anmachen wenn ich das Gegner schon cappe habe ich ihr meine Meinung gesagt die will mich reporten hab ich gesagt gut da sie macht da hat er mich plötzlich richtig beleidigt im Hafen Hafen ja gut im Hafen sehen sie die anderen nicht hm da hat er wohl einen Screenshot gemacht und irgendwie super über WG geschickt dann war ich den Tank noch gebannt im Chat na toll aber da kümmert sich drum aber wenn so ein Report oder so ein Arschloch ist im Spiel ne? da wird ja nix gemacht die werden ja nicht an den Kundendienst geschickt ja aber trotzdem die macht die Scheiße ne? ich schreib nur einmal ich hab nicht mein Schimpfwort bei ihrem Hafen benutzt hättest du Screenshot gemacht und über WG geschickt dann wäre der besser ja ich habe keinen Screenshot gemacht danach habe ich nochmal ne Runde gemacht danach ist bei mir die Runde mitten in der Runde das Spiel abgestoßen und dann war alles wieder weg wow weil ich das gewusst dass er so ne Ratte ist hätte ich nen Screenshot gemacht hat wahrscheinlich keine Freunde das ist ihm's verbittert wie der Curry warum du bist verbittert hast immer mitgleich mit dem Gegner mit deiner Mino wenn du sie mit der Mino beschießt ja und deswegen ich mach den Gegensatz zu dir scharf ja ist die meinst ne Dings ist die meinst ne Mino nein die ist fast ne Mino nein die haut besser rein sie ist geiler ja das ist mit AP schicken holster von mir vorzahlen ne komm ich einfach mal 30 K rein in einer Runde der Henry ist egal wo mach ich ja nur 900 Schaden wo ich das gesehen hab wo ich das gesehen hab wo ich 5,6 Traver mach ey ihr seid auch doof BBs nix nehmen euch die neuesten Nebelwolke ist n' die Idee ne statt ihr da reinfordert nein ihr fährt nochmal vorbei ich finde ich gut aber jetzt kriegt's der Unique mit dem die Flussschiffen zu tun aber Unique hält sich gut für ein Fünfer und auch für eine Elmerwelt ne mit seinen Tannenbaum Tarnung die ist geil die sieht richtig gut aus die hab ich auf meine Missouri meine Missouri sie die richtigen für die andere Seite Torps andere Seite Torps ja bin schon dabei bin schon dabei aber noch nicht noch nicht zu früh oder mach den einzelnen Torpwerfer mit diesen einzelnen Torpwerfer so genial bei den Prieten ich freu mich wenn die DDs von denen kommen ne die einzelnen werden gut treffen geht's ehrlich ich glaube den hättest du noch bekommen wie läuft bei dir Season Curry ja weil das Spiel eine Sekunde vorher vorbei war ne ähm baut sich bei euch das auf ne ich bin rausgeflogen schon wieder